Was ist das BAS? Ich denke, das BAS ist wie auf einem Sportsteam, wie ich auf der Defense sein werde. Wenn ich einen tollen Job mache, dann könntest du nicht sehen, was ich mache. Aber ich komme in und unterstütze, und alle anderen helfen, ihren besten Job zu machen. Es ist total cool, in einer zweisprachigen Band zu singen, weil mit vielen von denen mache ich das auch schon mehrere Jahre lang. Und es macht einfach Spaß, vor allem, wenn man sich dann einfach wieder sieht, so alle zwei Jahre oder so, und dann freut man sich einfach auf die Leute, und es ist cool, dann zusammen Musik zu machen. Das Schönste für mich ist immer, wenn du die Leute singen hörst, wenn tausende von Leuten einfach zusammen singen. Es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl. Es macht sehr viel Spaß. Ich komme zu einigen dieser Konferenzen in Deutschland für ziemlich ein paar Zeit. Und ich denke, es ist einfach viel Spaß, dass ich eine Chance habe, ein bisschen eine neue Sprache und eine neue Kultur lernen. Und ich denke, es ist sehr Spaß zu sprechen und zu singen. So, I've really enjoyed it. Das ist Hammer. Das ist Krass. Das ist Mega. All the great new slang. I just learned that today. I think one of my all-time favorite German songs, I don't know if it's becoming a little bit old. I probably learned it for the first time 10 or 12 years ago, but it's a song, Ne hat zu dir. Anytime we start singing that song, I just absolutely love it. Love the groove, love the lyrics to it, and love the guitar riff. So, that's always been one of my favorites. So, that's always been one of my favorites. So, that's always been one of my favorites.